Was für ein riesiger Unterschied doch 0,2 oder 0,3% bei der Inflation machen, denn die Erwartung bei den Inflationszahlen am Donnerstag, die war so 7,9 oder 8,0%, dann wurden es 7,7% und die Märkte sind geradezu explodiert und ich hatte am Freitag schon klar gemacht, das wird der FED nicht gefallen und jetzt schlägt die FED zurück und sagt ihr Jungs, das war ein bisschen übertrieben, macht euch mal locker, wir wollen das nicht. Was da mit steigenden Märkten passiert, klar kann man es eigentlich nicht formulieren und zweitens haben wir das Krypto-Chaos nach wie vor, dass diese Rally, die wir derzeit sehen, doch sehr sehr fragil erscheinen lässt, bekämpft nicht die FED, don't fight the FED, das dürfte das Motto sein, auch wenn viele sagen und ich war am Hamburger Börsentag, da war die Stimmung wieder so, ja wir kriegen jetzt eine Jahresendrally, dann wird es vielleicht in 2023 nochmal schwierig, aber irgendwie Konsens, dass wir jetzt eine Jahresendrally sehen, beginnend jetzt schon eben letzte Woche nicht erst irgendwann kommen und viele Argumente gibt es ja auch, etwa Gopensext, die sagen, also wir haben mindestens 5 Milliarden Dollar, die jetzt von CTAs, also amerikanischen Vermögensverwaltern gekauft werden, wir haben Aktienrückkäufe ohne Ende, diese Buybacks, die jetzt einsetzen und wir haben eigentlich eine günstige Saisonalität jetzt bei dieser Jahresendrally, also es gibt schon Argumente, die hier natürlich herangezogen werden, wir sehen hier mal den S&P 500 mit dieser Abwärtstrendkanallinie, die verläuft so im Bereich 4100 Punkte und ja normalerweise kann der Index da noch hinlaufen, die Frage ist, passiert das? Es gibt nämlich sehr, sehr viele Warnzeichen, die wir in den Indikatoren sehen und möglich ist es natürlich immer, dass wir noch weiter nach oben gehen, aber das ist eine sehr, sehr heiße Geschichte, die sich hier abzeichnet. Warum? Weil erstens zunächst mal die fundamentale Ausgangssituation für die Märkte ja so ist, ohne die FED kannst du keine Rallye zaubern und die FED will diese Rallye nicht, das haben wir jetzt von Chris Waller gesehen, FED-Mitglied, der sagt, The market seems to have gotten way out in front, also der ist viel zu weit gelaufen, wir müssen viel mehr sehen von diesen rückläufigen Inflationszahlen, damit wir wirklich dann den Fuß von der Bremse nehmen und everybody should just take a deep breath, calm down, we've got ways to go. Wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns und hier unten sehen wir mal die Financial Conditions, die sich deutlich gelockert haben, während gleichzeitig der S&P 500 angestiegen ist. Wir sehen hier eine Divergenz im Vorfeld der Rede von Brainerd und Williams, die heute nochmal sprechen werden und das dürfte die Agenda der FED sein. Leute, ihr habt ein bisschen zu viel jetzt praktisch daraus gemacht, aus dieser Inflationszahl, man wird also versuchen verbal die Märkte nach unten zu bringen, kämpft nicht gegen die FED, wird praktisch die Ansage sein. Jetzt muss man wissen, Chris Waller ist nicht nur permanent der FOMC-Voter, also der hat permanent eine Stimme, er ist auch der engste Vertraute in der FED von Jerome Powell, Number One Lieutenant and Closest Confident, wie hier die sehr gut informierte Daniel DiMartino-Bot schreibt und hier also die klare Ansage, 7,7% Inflation is enormous, got a long way to go, wir haben immer noch eine riesige Inflation, the market seems to get way out in front, also viel zu weit gelaufen, man muss die Rede gehört haben, um diese Betonung auch klar mitzukriegen und das spielt natürlich auf die Tatsache an, jedem weiter die Märkte nach oben gehen, umso laxer die Financial Conditions, damit wird die Nachfrage wieder angeheizt, Inflation aber ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, damit steigt latent wieder die Inflation, wodurch die FED dann wiederum stärker auf die Bremse treten muss, was wiederum dann schlechter für die Wirtschaft ist, also kurz gesagt, die FED will diese Anstiege der Aktienmärkte nicht, das hat Powell mehrfach klar gemacht, Jackson Hole und bei der letzten FED-Sitzung, bei der Pressekonferenz danach und hier dieses Narrativ hat sich geändert, eben wegen 7,7 statt 7,9% erwartet bei der Inflation und wir haben nach wie vor den schnellsten Anstieg der Zinsen in eine Rezession hinein, was passiert, wenn dann im Dezember die Inflationsdaten wieder über 8% reinkommen, aber wir haben in dieser Woche schon wichtige Daten, PPI, also die Erzeugerpreise, wir haben die Einzelhandelsumsätze, wir haben am Freitag dann Einzelhandelsumsätze am Mittwoch, morgen die Erzeugerpreise, Freitag Immobiliendaten, Homesales und wir haben dann auch die Einzelhändler in den USA, die berichten und da vor allem über Inflation auch berichten und wir haben 10 FED-Speaker in dieser Woche, also da wird einiges an Volatilität passieren. Wir haben in der letzten Woche mal eben 5,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt, weil eben diese CPI-Zahl ein bisschen niedriger war als erwartet. Links sehen wir mal den S&P 500, Daily negative Divergence, unten sehen wir Growth to Value. Growth to Value hat sich etwas erholt, aber das ist eine Geschichte, die normalerweise dann immer von fallenden Kursen begleitet war. Ja, das hat viele, die auf diese fallenden Kurse zu früh gewettet hatten, natürlich ganz böse erwischt. Wir haben 17% Anstieg bei den Most Shorted Stocks, bei den meistgeschotteten Aktien und gleichzeitig haben wir eine extrem hohe Puttpositionierung von größeren institutionellen Investoren, warum auch immer, vielleicht trauen sie dem Braten nicht und da könnten sie recht haben, denn wir haben, und da ist ja viel die Rede derzeit davon, wahrscheinlich nicht einen Boden der Aktienmärkte bis jetzt gefunden, denn hier mal ein Blick auf das Jahr 81, 82, der Bärenmarkt endet nicht, bevor die Fed wirklich umsteuert. Hier sehen wir, als die Fed ihren Gipfel bei den Zinsen erreicht hat, der 1981, sind die Märkte trotzdem noch weiter gefallen. Die haben dann erst Ende 82 praktisch gedreht, kein Bärenmarkt hat jemals seinen Tiefpunkt erreicht, bevor mindestens die Fed eine Pause einlegt, also nicht mehr die Zinsen anhebt. Jetzt haben wir aber gehört, unter anderem von Waller, dass die Zinsen wahrscheinlich mindestens im Dezember nochmal um 50 Basispunkte steigen sollen und so hat das die Fed auch angedeutet, eben dann bei den Sitzungen im nächsten Jahr nochmal kleinere Schritte erfolgen. Also wir haben noch keine Zinspause und wir haben noch nie einen Bärenmarktboden gesehen, wenn 60% der Zinskurven invertiert sind und so sagt Morgan Stanley auch. Also wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich das Jahr der Yields bekommen, der Renditen bekommen. Man favorisiert hier ja also Anleihen, vor allem Junkbonds und die dürften praktisch outperformen. Der Dollar dürfte seinen Hoch erreichen und EM, Emerging Markets, die ja am ehesten, am frühesten praktisch abverkauft wurden, dürften dann am frühesten sich auch wieder erholen. So sieht es zumindest, heute bin ich aber ganz schön fahrig meine Damen und Herren, so sieht es zumindest diese amerikanische Großbank. Jetzt gucken wir mal auf diese erneute Rallye, Pivot, Pivot, Pivot. Immer wieder das gleiche Spiel, ja die Fed wird umsteuern, Fed wird umsteuern, jetzt machen wir mal eine Rallye. Es wird wahrscheinlich auch diesmal nicht so richtig gut enden, vielleicht nicht so schlimm wie 2008, 2009. Die Analogie ist nach wie vor extrem stark gegeben und wir haben klare Rezessionssignale jetzt einmal mehr bekommen. Pauls Lieblingszinskurve, nämlich die Rendite der dreimonatigen Staatsanleihe und die von den Märkten erwartete Rendite der dreimonatigen Staatsanleihe in 18 Monaten, also in eineinhalb Jahren, ist jetzt negativ. Das hat Paul mir einfach gesagt. Das ist für mich dann das ultimative Rezessionssignal. Das hat jetzt getriggert. Morgen Stanley sagt, ja vielleicht können die Amerikaner 2023 eine Rezession vermeiden, aber die Europäer auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir gesehen, dass bis auf jetzt diese massive Rallye seit Donnerstag, der Dow Jones ja richtig gut performt hat, Value-Aktien gut gelaufen sind, Tag nicht so gut gelaufen sind. Ist es jetzt Zeit, beim Nasdaq zum Beispiel long zu gehen und beim Dow Jones short zu gehen, also zu wetten, dass sich diese ganze Geschichte umkehrt, also praktisch der Nasdaq sich besser entwickelt als der Dow Jones. Wenn wirklich dieser Pivot käme, dann wäre das eine richtige Überlegung, aber dieser Pivot kommt nicht. Deswegen halte ich das für keine gute Idee, denn wir werden sehen, dass eben der Dow Jones sich weiter erst einmal besser halten will als der Nasdaq. Der Nasdaq kann und dürfte wohl nochmal neue Tiefs in diesem Jahr machen. Der Dow Jones wahrscheinlich nicht. Gleichwohl, wir sehen auch eine gute Begründung, warum europäische Aktien so gut gelaufen sind. Die sind eben vom Kursgewinnverhältnis deutlich günstiger unter 12, während die Amerikaner bei knapp 18 sind. Also, das ist schon ein interessanter Gedanke. Ja, der Nasdaq hat sich viel schlecht entwickelt als der Dow Jones. Jetzt geben wir nochmal dem Nasdaq long, weil der hat Nachholpotenzial und der Dow Jones hat Fallpotenzial, weil er schon so gut gelaufen ist. In der Theorie gar nicht schlecht, aber es setzt wirklich voraus, dass die FED umsteuert. Und das tut sie nicht und es tut sie schon dreimal nicht aufgrund dieser Rallye, die wir gesehen haben. Das ist doch genau das richtige Problem. Vielmehr sehen wir ein Kaufsignal beim WIX. Hier mit dem unteren Ende dieser Wedge, da dürfte ein Ausbruch erfolgen, während beim S&P 500, auf Tagesbasis, oben diese Grafik, sehen wir, dass hier wahrscheinlich praktisch eine bärische Wedge, eine bärische Einkeilung hier stattfinden wird. Unten sehen wir den McLaren Oscillator mit einer Divergenz und diese Divergenzen, da kannst du hinschauen, wo du willst, vor allem im Finanzsektor, das ETF XLF. Hier schauen Sie unten mal den RSI mit einem Wert, einem Überkauftheitswert, den man selten findet. Massive negative Divergenzen, vor allem bei den zuletzt ja so stark gelaufenen Finanzaktien. Hier sehen wir S&P 500 Bullish Percentage Index, oben auch mit extremer Überkauftheit, inzwischen negativen Divergenzen. Wir sehen jetzt, dass so viele Aktien etwa über dem 20-Tages-Durchschnitt sind, wie es nur sehr selten passiert. Und jedes Mal, wenn wir bestimmte Zonen da erreicht hatten, dann kam eine Drehung. Das gilt auch für die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Das sind schon Extremwerte, da muss Luft rausgelassen werden. Das dürfte nicht ohne weiteres so weitergehen. Und ein Punkt, warum diese negativen Divergenzen, diese Warnsignale da sind, ist offenkundig dieser ganze Krypto-Bereich. Hier jetzt neue Enthüllungen über das, was bei FTX passiert ist. Und dann sogar noch wahrscheinlich Geld geklaut wurde durch einen Hacker, was wir da gesehen haben. Wer alles investiert ist, Softbank etwa, die guten Japaner, die bei jeder Blase mit dabei sind, Coinbase, aber auch BlackRock ist dabei gewesen. Richtig große Player, die hier, Paul Tudor Jones, die hier am Fall waren. Softbank ist jetzt mal 10% gefallen in Japan, weil man eben das wird abschreiben können. Auf der anderen Seite sehen wir, dass eben der gute Bankman Fried, der Chef von FTX, ein Freund der Demokraten war. 40 Millionen Dollar etwa gespendet hat für die Demokraten. Auch für ein paar ausgewählte Republikaner, aber klarer Löwenteilanteil für die Demokraten, die es jetzt geschafft haben. Der Senat, sie haben 50 Stimmen. Selbst wenn die Stichwahl in Georgia am 6. Dezember verloren geht, hätten sie mit der Vizepräsidentin Harris dann immer noch die Mehrheit. Aber jetzt gibt es lustige Verstrickungen, offenkundig zwischen FTX, den US-Demokraten und der Ukraine. Wir haben hier Berichte, wonach eben viel Geld über FTX in die Ukraine geflossen sein soll. Und vor allem auch die Ukraine selber dann mit diesen Geschichten spekuliert hat. So gibt es etwa den Bericht, dass hier die ukrainische Führung letztendlich sogar hier sich selber engagiert hat in diesem Bereich. Jetzt haben wir über Nacht Nachrichten. Die Crypto Exchange, eine kleinere AAX, hat jetzt erstmal Abhebungen gestoppt. Wir sehen, dass Kryptowährungen gefallen sind bis vor einigen Minuten, vor allem Solana unter Druck. Da sehen wir also die Kryptowährungen weiter unter Druck. Wir haben also praktisch einen klassischen Bankrun, der hier stattfindet. Hier Crypto.com hat jetzt Abhebungen auch erstmal praktisch gestoppt. Aber jetzt gibt es einen Bericht von Binance, dass man also hier so eine Art Industry Recovery Fund auflegt. Also praktisch so eine Art Fonds auflegt, um die ganze Geschichte hier zu stabilisieren. Dennoch, eins ist klar, diese Vorkommnisse, die lassen Fragen stellen, etwa über die nicht vorhandene Regulierung durch Mr. Gensler, den SEC Chair. Der gute Kontakte zu Bankman Friedhardt, by the way, der gute Kontakte zu seinem ehemaligen Chef hatte, Mr. Allison. Die Tochter von Mr. Allison, wiederum war die Chefin von Alameida, die praktisch die Pleite oder deren Pleite ja praktisch diese ganze Konfusion ausgelöst hat, weil die massiv im Kryptohandel verloren haben. Also da gibt es Verstrickungen in die Politik bis hin zur ganz großen Politik, Ukraine. Wie genau die Dinge hier aufgestellt sind, das werden wir wahrscheinlich irgendwann bald erfahren. Aber Bankman Fried, der FDX-Chef als großer Sponsor der Demokraten, das Ganze gibt dann eine politische Dimension, die eben auch erstaunlich ist. Und politische Dimension heute ja, das G20-Treffen mit Joe Biden trifft Xi Jinping. Aber in China tut sich etwas. Wir sehen, dass Xi Jinping jetzt offenkundig versucht, fast schon ein bisschen panisch versucht, den Stress in der chinesischen Wirtschaft abzubauen. Man hat jetzt Regularien weitgehend gelockert in Sachen Immobilien in China. Man versucht also diesen Sektor wieder nach oben zu ziehen. Aber wenn etwas kaputt ist, wenn die Leute sich überhebelt haben, dann kannst du diese Blase nicht nochmal irgendwie hervorzaubern. Und das ist ja das wichtigste Asset weltweit, sind eben chinesische Immobilien. Hier Anweisungen an Banken, hier Kredite zu vergeben. Wir sehen, dass eben bestimmte Regularien aufgehoben werden. Also dieser Sektor heute mit einer massiven Rallye, die wir hier sehen, offenkundig ist da schon ganz schön viel Stress im System. Und Xi Jinping will ja auch als Rivale der USA auftreten können. Dazu braucht er jetzt, das hat er scheinbar erkannt, eben auch eine starke Wirtschaft, wie Lingling Wei hier schreibt. Und wir sehen, das hat Auswirkungen auf Dollar-Yuan. Der Offshore-Yuan wertet immer mehr auf zum Dollar nach der langen Abwertung. Hier sehen wir die verschiedenen Abverkäufe bei Dollar zu Yuan. Dann eben einerseits wegen den niedrigeren Inflationsdaten aus den USA, andererseits eben wegen den Geschehnissen in China. In diesem Chart von Capital.com abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. S&P 500 und DAX, die FED erneut als Spielverderberin der Rallye, das Big Picture, unbedingt anschauen. Und wie schaut es mit dem DAX aus? Da auch eine brillante Analyse über das weitere Erwartbare, könnte man sagen. Zwei Empfehlungen und eben jetzt die Situation, eigentlich Sessionalität gut, eigentlich viele positive Voraussetzungen. Aber die Charts, die Indikatoren senden massive Warnsignale. Ich bin gespannt, was passiert. Jetzt sage ich Servus und Ciao.